Seit kurzem schreibt der Gesetzgeber ausdrücklich vor, dass sich Juristinnen und Juristen in ihrer Ausbildung mit dem nationalsozialistischen Unrecht und auch in einer nicht unproblematischen Gleichsetzung mit dem Unrecht der SED-Diktatur auseinandersetzen. Dies muss vor allem für das Polizeirecht gelten, eine der Kernmaterien einer rechtsstaatlichen Ordnung. Mein Name ist Hermann Pünder. An der Bocerius Law School habe ich den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Verwaltungswissenschaft und Rechtsvergleichung. Vor dem Hintergrund der Gesetzesänderung habe ich für die Ausbildungszeitschrift Jura einen Beitrag über die Pervertierung des Polizeirechts im Nationalsozialismus verfasst. Dabei musste ich mit Scham daran erinnern, aus der Rechtswissenschaft kam kein Widerstand, im Gegenteil, Juristen fiel es leicht, sich der neuen Ideologie anzupassen. Wie dies geschah, will ich hier am Beispiel von Bill Drews zeigen. Der Präsident des preußischen Oberverwaltungsgerichts hatte das in der Weimarer Republik führende, an den Grundsätzen des Rechtsstaats orientierte Lehrbuch zum Polizeirecht verfasst. Bis heute gilt er als eine der maßgeblichen Gestalten in der Entwicklung eines liberalen Polizeirechts. 1936 hat er allerdings eine Neuauflage vorgelegt, die ganz im Sinne der Nationalsozialisten war. Zugleich wird der Fall Drews aber auch deutlich machen, wie schwierig es ist, in schwierigen Zeiten ein Zeitgenosse zu sein. Nationalsozialistische Auslegung der polizeilichen Generalklausel Während der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft ist es nie zu einer Neuregelung des allgemeinen Polizeirechts gekommen. Es blieb bei der überkommenen Generalklausel, wonach die Polizeibehörden, was noch heute gilt, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren haben. Zunächst zum Merkmal der öffentlichen Sicherheit. Heute geht man davon aus, dass hierzu die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung und der Rechte des Einzelnen sowie der Bestand und die Einrichtungen des Staates gehören. Dies wurde von Drews schon so in der ersten Auflage seines Lehrbuchs im Jahr 1927 so gesehen. In der Neuauflage von 1936 erklärte er, dass der Schutz des Staates erheblich verstärkt werden müsse. Drews betonte, Zitat, alles was dazu beitragen kann, dem nationalsozialistischen Staat gegenüber untergrabend, hemmend, verstimmend oder auch nur entfremdend zu wirken, sei als Störung der öffentlichen Sicherheit zu erachten. Das gelte auch, so Drews, wieder Zitat, für nörgelnde Kritik, die im individualistisch-liberalistischen Zeitalter als Grundrecht jedes Bürgers gegenüber dem Widerpartstaat galt. Auch im Hinblick auf die öffentliche Ordnung ging Drews schon 1927 und auch in der Neuauflage von 1936 von der noch heute gültigen Definition aus, wonach das Schutzgut die ungeschriebenen Regeln umfasst, deren Befolgung eine unentbehrliche Voraussetzung für ein gedeihliches Miteinander ist. Wie anfällig der Bezug auf bloße Sozialnormen für eine Ideologisierung ist, zeigt Drews, wenn er 1936 mit einem Seitenhieb auf die Weimarer Republik erklärt, dass, Zitat, die allgemeinen Anschauungen über das zulässige Maß von Spöttelei, Satire, Ironie viel strenger geworden sein. Drews fuhr fort, Zitat, auch wenn sie sich hinter der Form eines Witzes verstrecken, sind hämische Bekrittelungen, das Spritzen mit geistiger Schwefelsäure und das Werfen mit geistigem Unflat, was alle Zeit hindurch als Ausdruck besonderer Intellektualität galt, heute als Störung der öffentlichen Ordnung zu behandeln. Schließlich stellte Drews klar, Zitat, wer die Gefühle des ganz überwiegenden Teiles der Volksgenossen verletzt, verstoße gegen einer der wichtigsten Grundlagen gedeihlichen völkischen Zusammenlebens. Klar ist, nach Drews sollte die Polizei alle Möglichkeiten haben, um gegen Nicht-Angepasste vorzugehen. Das von ihm geleitete preußische Oberverwaltungsgericht hat in der NS-Zeit ganz in seinem Sinne nationalsozialistisch geurteilt. Sicher ist allerdings auch, Bill Drews war zwar ein konservativer, aber im Grunde kein, jedenfalls kein scharfer Nationalsozialist. Es gab, man denke etwa an den berüchtigten Professor Karl Schmidt oder an den noch in der Bundesrepublik sehr einflussreichen Theodor Mauns, viel radikalere Positionen in der nationalsozialistischen Rechtswissenschaft. Der NSDAP ist Drews nicht beigetreten, allerdings behielt er 1933 sein Amt als Präsident des preußischen Oberverwaltungsgerichts. Und nachdem er 1935 mit 65 Jahren die übliche Altersgrenze erreicht hatte, ließ er sich noch zweimal, zuletzt 1936, in seinem Amt bestätigen. 1937 wurde der Gerichtspräsident mit, wie es heißt, donnernden Siegheilrufen verabschiedet. Hätte Bill Drews ein Zeichen setzen müssen, dass man als anständiger Jurist den NS-Staat nicht unterstützen darf? Zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft mag Drews, wie viele andere im Halb von Jubel, Halb von Schrecken betäubten Deutschland, noch darauf vertraut haben, dass das Regime Hitlers ein nationaler Rechtsstaat sei. Aber warum hat sich Drews nach Ablauf seiner Dienstzeit noch zweimal als OVG-Präsident zur Verfügung gestellt? Warum verfasste er 1936 im nationalsozialistischen Sinne die Neuauflage seines Lehrbuchs? Typisch für die Entschuldigungsbemühungen der anderen Mitläufer ist die Erklärung von Karl Hermann Uhle. Der in den Anfangsjahren der Bundesrepublik bedeutende Verwaltungsrechtler betonte, Zitat, jede Beurteilung Postfestum, das heißt unter Berücksichtigung der zwölfjährigen Entwicklung seit 1933, wäre ein Unrecht gegenüber den Männern, die damals auf ihren Posten geblieben sind. Mich überzeugt diese Einschätzung nicht. Uhle verschleiert den Umstand, dass Drews und andere Zeitgenossen schon früher das brutale Unrecht der Nationalsozialisten erkannt haben mussten. Als Drews 1936 die nationalsozialistisch geprägte Neuauflage seines Lehrbuchs vorlegte, war schon so viel Schreckliches geschehen. Man denke an die frühen Maßnahmen gegen politisch missliebige Beamte und Beamte nicht-arischer Abstammung. Man denke an die von Drews in seinem Lehrbuch ausdrücklich gerechtfertigten Morde vom 30. Juni 1934. Nur nebenbei sei bemerkt, dass Ihnen auch Erich Klausene, ein Vetter meiner Großmutter, der in der Endphase der Weimarer Republik Chef der preußischen Polizei war, zum Opfer fiel. Und man denke schließlich an die Konzentrationslager, in denen Volksfeinde schon aufgrund der Reichstagsbrandverordnung vom 24. März 1933 gefangen gehalten wurde. Aus meiner Sicht hätte Drews als führender Vertreter eines rechtsstaatlichen Polizeirechts ein Zeichen setzen müssen, dass man als anständiger Jurist den NS-Staat nicht unterstützen darf. Späte Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Unrecht Ein rechtsstaatliches Polizeirecht konnte sich erst wieder entwickeln, nachdem das Dritte Reich militärisch besiegt worden war. In den ersten Jahren der Bundesrepublik wurde das Lehrbuch von Drews von anderen Autoren weitergeführt noch einmal wichtig. Dabei hieß es zu der Zeit nach 1933 bloß, dass die Generalklausel nach überwiegender Ansicht unverändert in Geltung war, auch wenn ihre Auslegung durch die damaligen politische Entwicklung nicht unberührt blieb. Auch in den Rückblicken auf Drews Leben kommt die Anpassung an die nationalsozialistische Ideologie gar nicht, nur am Rande oder seine Bedeutung in der NS-Zeit apologetisch relativierend vor. Dies entsprach einer allgemeinen Tendenz, die bis in unsere Zeit reicht. Ein Zeichen dafür ist, dass die Verstrickungen der Staatsrechtslehrer in den NS-Staat erst 2001, erst nachdem die Betroffenen gestorben und deren Schüler nicht mehr ganz so einflussreich waren, offiziell auf einer Staatsrechtslehrertagung zum Thema gemacht wurde. Dass ein führender Grundgesetzkommentar noch bis 2021 unter dem Namen Maunz erschien, ist bedrückend. Wie schwierig es ist, in schwierigen Zeiten ein Zeitgenosse zu sein. Der Blick auf Bill Drews zeigt aber auch, dass wir es uns mit einer moralischen Beurteilung nicht leicht machen dürfen. Helmut Kohl hatte schon Recht, wenn er von der Gnade einer späten Geburt sprach. Zeitgenosse zu sein, ist schwierig. Das heißt allerdings nicht, dass es keine Maßstäbe für das in schwierigen Zeiten Angemessene gibt. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Jedenfalls bemühe ich mich, die Studierenden dazu zu motivieren, wenn ich in meiner Vorlesung zum Polizeirecht vom Nationalsozialismus berichte. Die übliche Flucht in das, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten hätte, kann es aus meiner Sicht nicht geben. Eindeutig ist der Fall Drews allerdings nicht. Darf man, ja sollte man sogar, wie Drews an Unrecht mitwirken, um, wie es in der Nachkriegszeit häufig hieß, Schlimmeres zu verhüten? Welche persönlichen Nachteile sollte man hinnehmen, wenn man, wie Drews es nicht tat, sich dem Unrecht entzieht? Und noch viel schwerwiegender, unter welchen Umständen ist ein aktiver Widerstand geboten? Welche Nachteile muss man dafür in Kauf nehmen? Und wenn es nicht bloß um die eigene Person geht, was kann man Angehörigen zumuten? Wenn ich noch einmal etwas Persönliches anführen darf. Der Bruder meiner Großmutter, Leo Statz, wurde 1943 wegen Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und mit dem Fall bei hingerichtet. In meiner Familie hat man sich immer wieder gefragt, ob Leo Statz in seiner Kritik an den Nazis ein zu hohes Risiko für sich und seine Familie eingegangen ist. Klar ist, wenn man sich mit Bill Drews und seinen Zeitgenossen beschäftigt, hat man genug zum Nachdenken. Genug Food for Thought. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.